Ludwig Bechstein Die schönsten Märchen Der Mönch und das Vögelein Es war in einem Kloster ein junger Mönch des Namens Urbanus, gar fromm und fleißig, dem war der Schlüssel zur Bücherei des Klosters anvertraut und er hütete sorglich diesen Schatz, schrieb selbst manches schöne Buch und studierte viel in anderen Büchern und in der Heiligen Schrift. Da fand er auch einen Spruch des Apostels Petrus, der lautet »Vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und wie eine Nachtwache.« Das dünkte dem jungen Mönch schier unmöglich, mocht und konnte es nicht glauben und quälte sich darauf mit schweren Zweifeln. Da geschah es eines Morgens, dass der Mönch herunterging aus dem dumpfen Bücherzimmer in den hellen, schönen Klostergarten, da saß ein kleines, buntes Waldvögelein im Garten, das suchte Körnlein, flog auf einen Ast und sang schön wie eine Nachtigall. Es war auch dieses Vögelein gar nicht scheu, sondern ließ den Mönch nahe an sich herankommen, und er hätte es gerne gehascht, doch entfloh es von einem Ast zum anderen, und der Mönch folgte ihm eine gute Weile nach. Dann sang es wieder mit lauter und heller Stimme, aber es ließ sich nicht fangen, ob schon der junge Mönch das Vöglein aus dem Klostergarten heraus in den Wald noch eine gute Weile verfolgte. Endlich ließ er ab und kehrte zurück nach dem Kloster, aber ein anderes dünkte ihm alles, was er sah. Alles war weiter, größer und schöner geworden. Die Gebäude, der Garten und statt des niederen alten Klosterkirchleins stand jetzt ein stolzes Münster da mit drei Türmen. Das dünkte dem Mönch sehr seltsam, ja, zauberhaft. Und als er an das Klostertor kam und mit Sargen die Schelle zog, da trat ihm ein gänzlich unbekannter Pförtner entgegen, der, wie ich bestürzt, vor ihm zurück. Nun wandelte der Mönch über den Klosterkirchhof, auf dem waren so viele, viele Denksteine, die er gesehen zu haben, sich nicht erinnern konnte. Und als er nun zu den Brüdern trat, wichen sie alle vor ihm aus, ganz entsetzt. Nur der Abt, aber nicht sein Abt, sondern ein anderer, junger, hielt ihm stand, streckte ihm aber auch gleich ein Kruzifix entgegen und rief, »Im Namen des gekreuzigten Gespenst, wer bist du? Und was suchst du, der den Höhlen der Toten entflohen, bei uns, dem Lebenden?« Da schauerte der Mönch zusammen und wankte, wie ein Greis wankt, und senkte den Blick zur Erden. Siehe, da hatte er einen langen, silberweißen Bart bis über den Gürtel hinab, an dem noch der Schlüsselbund hing, zu den vergitterten Bücherschreinen. Den Mönchen dünkte der Mann ein wunderbarer Fremdling, und sie leiteten ihn mit scheuer Ehrfurcht zum Sessel des Abtes. Dort gab er einem jungen Mönch die Schlüssel zu dem Büchersaal, der schloss auf und brachte ein Chronikbuch, getragen, darin stand zu lesen, dass vor dreihundert Jahren der Mönch Urban spurlos verschwunden. Niemand wisse, ob entflohen oder verunglückt. »O Waldvögelein, war das dein Lied?«, fragte der Fremdling mit einem Seufzer. »Kaum drei Minuten lang folgte ich dir und horchte deinem Gesang, und drei Jahrhunderte vergingen seitdem. Du hast mir das Lied von der Ewigkeit gesungen, die ich nicht fassen konnte. Nun fasse ich sie und bete Gott an im Staube, selbst ein Staub.« Sprach's und neigte sein Haupt, und sein Leib zerfiel in ein Häuflein Asche. Untertitelung des ZDF, 2020